Ich habe uns etwas aus dem Zukunftsfutur erwartet. Das ist alles. Die jungen Leute sprechen über das Zukunftsfutur, die jungen Leute sprechen über das Zukunftsfutur. Die jungen Leute haben eine glö�ste Barsch und sie haben eine glö�ste Zukunft. Und als wir noch... Wir sind da gerade raus. Wir haben uns am Vordergrund sein angehört. Aber Sie schenken das Zukunftsfutur. Jetzt fangen wir mal an. Dann waren die Arten, die drinnen waren. Also, alle machen die eigentliche Kräfte. Whenever I looked into your ranks, I thought, You all those people here in 10, 20 years worth it. You have never left this place. The brothers, the ministry, the Christoph hanik-franilists,